Okay ihr Lieben, es gibt wirklich brandheiße, ziemlich geile, neue Infos und Leaks zu Godzilla, zu, ähm, ich meine es gibt Gerüchte, möglicherweise können Dinge passieren, die ich so nicht bestätigen kann und deswegen wird das hier ein Video sein, dass, das, wir reden hier über Gerüchte, das wird so eventuell gar nicht erst passieren, aber die Gerüchte, wenn die so passieren sollten, wäre das schon ziemlich geil, deswegen quatschen wir da mal ganz kurz drüber und immer im Hinterkopf verhalten, das hier ist ein Theorie-Video, es geht hier nur um Theorien, ähm, nicht um Infos, die ich bekommen habe. In diesem Sinne, trotz allem eine kleine Spoiler-Warnung, weil es könnte eventuell so eintreffen, möglicherweise auch nicht. So, fangen wir an mit dem Video, viel Spaß. Okay ihr Lieben, also wir müssen da jetzt einfach mal ganz kurz drüber quatschen, über diese Sachen, die möglicherweise in, naja, Betracht auf Godzilla Kong wirklich passieren könnten. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, das Ganze ist ein Theorie-Video. Wenn die Theorie zufällig ins Schwarze trifft, dann kann ich da auch nichts dafür. Auf jeden Fall sagt bestimmte Theorie, zum einen, dass definitiv ein weiterer Kaiju im Film auftaucht, den wir so im Trailer noch gar nicht gesehen haben. Über den haben wir allerdings auch schon mal gesprochen gehabt, nämlich in einem anderen Video, wo wir uns mal die Spielzeuge zum Film Godzilla Kong angeschaut haben. Und zwar soll es laut dieser Theorie um das Wesen Mothra gehen. Das soll wohl nun tatsächlich im Film auftauchen und eine relativ wichtige Rolle spielen. Und auch hierbei bleibe ich bei meiner Theorie, dass wenn Mothra wirklich auftauchen sollte, dass ich dann sagen würde, okay, diese gesamte Godzilla Evolved Variante, die wird irgendwas mit Mothra zu tun haben. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Godzilla nicht nur einmal, sondern zweimal gegen Shimo kämpfen könnte, beim ersten Kampf allerdings eingefroren wird und danach von Mothra, naja, die Chance bekommt, eben in diese neue Godzilla Evolved Variante zu gelangen. Ebenfalls glaube ich, dass die Szene, die wir hier sehen mit dem kleinen Mädchen, dass wir ebenfalls aus Godzilla vs. Kong erkennen, dass diese Szene eben, naja, auch etwas mit Mothra zu tun hat. Möglicherweise eine Erweckung, möglicherweise ein Kontakt mit diesem Kaiju. Des Weiteren gibt es noch eine für mich sehr viel interessantere Theorie, also ein Gerücht, das ebenfalls eintreffen könnte, über das ich mir so noch gar nicht wirklich vorher Gedanken gemacht habe. Denn wisst ihr noch damals, als die ganze Godzilla vs. Kong Nummer relativ frisch vom Tisch war, dann haben wir ja schon die ersten Ideen bekommen, wie könnte jetzt die ganze Nummer mit Godzilla weitergehen. Dann kam erst ein Son of Kong wird als nächstes kommen oder ein Godzilla vs. Kong 2 und der Titel Origins. Und danach haben wir dann ebenfalls wirklich eine Filmklappe geleakt bekommen, bei der ganz klar drauf stand, der Arbeitstitel des neuen Godzilla Films wird Origins sein. Und wir wissen ja, dass Arbeitstitel nahezu nie den Originaltitel wiedergeben, deswegen glaube ich ja auch, dass der neue Jurassic World Film nicht mehr Jurassic World heißen wird, genauso wenig wird der Film Jurassic World in New Era heißen, das ist eben der Arbeitstitel. Und diesen Arbeitstitel Origins haben wir irgendwie so ein bisschen aus den Augen gelassen, denn auch wenn dieser Titel meistens eben nicht der wirklich finale Titel auch dann des Films ist, hat er dennoch meistens etwas ebenfalls mit dem Konzept der Serie oder eben des Films zu tun. Als ganz kurzes Beispiel, die Apple TV Plus Godzilla Serie Monarch Legacy of Monsters hat den Arbeitstitel Hourglass, also Stundenglas oder sowas wie Zeituhr, beinhaltet. Und naja, kleiner Spoiler für die Serie, es geht in der Serie tatsächlich zum Schluss relativ viel um Zeit. Und sogar ein bestimmtes Projekt in der Serie wird eben als Operation Hourglass betitelt. Und naja, das bezieht sich eben darauf, dass in dieser Axis Mundi Zwischenwelt die Zeit anders verläuft als eben an der Oberfläche und da hat man eben auch Bezug drauf genommen. Der angebliche Leak, also das Gerücht, das ist ein Gerücht, der das besagt, dass der Titel Origins sich darauf bezieht, dass der neue Godzilla Kong Film ab dem zweiten Drittel sich mit einer ganz scharfen Rückblende beschäftigen soll. Das heißt, wir werden hier noch einmal zurück zum Ursprung gelangen. Zum Ursprung wovon ist dabei noch nicht ganz klar. Ich schätze mal irgendwie Shimo wird da ein bisschen mehr erklärt werden, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ebenfalls sollen wir aber auch Einblicke in den Krieg der Kaidus bekommen und eben in die gesamte Vorgeschichte, was eben damals passiert ist. Und ja, das haben wir ja mehr oder weniger auch in den Monsterverse-Filmen, die wir bis jetzt hatten, bereits erläutert bekommen. Ich meine, es war in Godzilla 2014, dass die Kaiju zuallererst auf der Oberfläche der Erde gelebt haben, als die eben noch sehr radioaktiv war. Und danach eben, als die Radioaktivität zu stark nachgelassen hat, sind vereinzelte Kaijus eben ins Innere der Erde geflüchtet und haben dann da eben, naja, eben eine neue Welt bevölkert. Und genau das soll jetzt hier mehr oder weniger in einer großen Rückblende mehr beleuchtet werden. Da das Ganze allerdings dann nicht als plumpes Intro gezeigt werden soll, als kurzer Flashback ganz am Anfang, gehe ich davon aus, dass diese ganze Nummer sehr viel mit der Story zu tun haben wird. Und deswegen ist eben meine Theorie, dass wir da die Backstory auch dann von Shimo erfahren und möglicherweise sogar Shimo und Ghidorah, dass das irgendwie noch bestätigt wird. Auf jeden Fall ja, hier sind eben jetzt die beiden neuen brandheißen Gerüchte, dass Mothra dabei sein soll, angeblich. Und eben auch, dass der Arbeitstitel Origins sich darauf bezieht, dass die Vergangenheit der Kaiju dann doch eine sehr große Rolle spielt. Jetzt wirst du immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu. Schreib mir alle deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.